Ich werde diese Vorahnung einfach nicht los, Hermine. Ich befürchte, dass etwas Schreckliches passieren wird. Ich mache mir Sorgen um Harry, Constance. Er war in der Zeit so sehr mit dem Desaster beschäftigt, dass er kaum geschlafen hat. Da ist er nicht alleine. Ich hatte keine Albträume, aber etwas ähnliches. Etwas viel realeres und schrecklicheres. Harry! Das ist Miss Constance. Er war letzte Nacht in meinem Albtraum. Nicht nur er. Alle. Das kann kein Zufall sein. Es darf einfach nicht sein. Abadakedabra! 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 Abadakedabra!